Die Wahrheit Hallo, Mama Horst Sven Zollbach, ich bin von der Kanzlei Höxed & Co. Kann ich Kathrine Evensen sprechen? 1969 wurde eine Frau in der Ostsee aufgegriffen Sie sagte, sie sei aus der DDR geflohen, um ihre norwegische Mutter zu suchen Das ist Kathrine, da war sie gerade angekommen hier Die Stasi war überall, die haben Flüchtlinge auch im Westen verfolgt Warum hast du mir nie was davon erzählt? Du wirst deinem Mann sagen, dass du einen anderen liebst und mit ihm das Land verlassen wirst Und wenn ich es nicht mache? Ich sehe doch, dass mit dir was nicht stimmt Ich kann es dir aber nicht sagen Ich habe da was bekommen, aus Deutschland Es hat mit deiner Familie zu tun Ich bin's, Kathrine Hier ist Vera, ich bin in Gefahr Wo warst du? Du steckst tiefer drin, als du dachtest Dass sowas passiert, davon war nie die Rede Das sind doch alles nur Lügen Ich begleite dich Das muss ich alleine machen Ich heiße Kathrine Edelsen Wer bist du da, Mama? Das ist doch alles falsch Das ist nicht wahr Was ist dann wahr?